Unsere Zukunft ist digital. Technologie verändert Gesellschaft, Wirtschaft und Kommunikation, fordert Anpassung und Veränderung. Die Verknüpfung der Produktion zu Industrie 4.0 bereits heute in vollem Gange. Wungen wird immer intelligenter. Für eine elektrische und digitale Welt schafft der VDE Sicherheit. Prüft Interoperabilität und die Datensicherheit der vernetzten Geräte. IT-Sicherheit schützt vor Angriffen von außen. Das VDE-Institut ist Teil des VDE. Einer weltweit einmaligen Plattform für Wissenschaft, Normung und Zertifizierung. Kernaufgabe ist die Prüfung von Elektrogeräten, elektrischen Komponenten und Systemen auf Sicherheit, Energieeffizienz und Gebrauchstauglichkeit. Ganzheitlich, unabhängig und neutral. Das gibt Unternehmen Orientierung bei der Fertigung, Vermarktung und dem Verkauf ihrer Produkte. Hersteller werden bereits während der Produktentwicklung unterstützt und begleitet. Von der Materialauswahl über die gesamte Lieferkette bis zur Verschiffung ihrer Produkte. Das verhindert Fehler und spart Kosten. Labore in Europa, Asien und den USA sichern Kundennähe. Auch dort werden Geräte geprüft. So lassen sich unnötige Transportwege einsparen und Prüfzeiten durch parallele Prüfungen verkürzen. Für Hersteller bedeutet das den schnelleren Zugang zu den Märkten der Welt. Für Verbraucher bedeutet Zertifizierung Gewissheit. Sie wissen, dass diese Produkte sicher sind. Dass ihre Geräte und Systeme zuverlässig funktionieren und geschützt miteinander kommunizieren. Die VDI-Prüfzeichen sorgen aber auch für Rechtssicherheit bei Haftungsfragen. Für Hersteller und Verbraucher. Und das bereits seit über 100 Jahren. Die Welt steht vor bedeutsamen Veränderungen. Autonomer Transport, innovative Medizin, vernetzte Produktion und künstliche Intelligenz. Das VDE-Institut ist ein wichtiger Baustein in der elektrischen und digitalen Sicherheit. Auch in Zukunft. Und das ist ein wichtiger Baustein. Das ist ein wichtiger Baustein. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 und bei der". Im .